Es geht weiter mit Daisy, die glitzernde Gala und zwar soll ich mit Remy sprechen. Mit Oswald dauert leider noch ein bisschen, bis das da weitergeht. Ich bekomme diese blöde weiße Hose nicht. Der war doch eben hier noch. Was ist er denn? Ah, der ist auch so klein, den übersieht man. Der ist da hinten, da, hier. Ja, das ist schade, ich kriege diese blöde weiße Hose einfach nicht. Hat er einfach mal so dabei. Hm, du arbeitest an deinem Französisch. Hätte mein Inventar vielleicht vorher lernen sollen. Geben. Jetzt ist es Zeit für das eigentliche Event vorzubereiten, ja. Elegant. Das Outfit muss elegant sein. Das dürfte ich sogar haben. Oh, guten Morgen. Ich liebe es, dass hier jeder Tag anders ist. Ah, hier. Äh, rüber. Ich muss das anziehen. Ähm. Es geht ja nicht. Das geht. Und das muss es ja sein. Richtig. Das Oberteil habe ich. Elegante Gegenstände. Das war jetzt die Hose. Ähm. Ist egal. Hier die Kette. Ähm. Die Handschuhe. Und passt. Geh zum Traumschloss. Muss ich jetzt mit allen reden? Oder. Äh. Eigentlich bin ich fertig. Und dich wollte ich sehen. Auf Wiedersehen. Soll ein Foto machen. Naja, war klar. Mit allem im Schloss. Ähm. Das dürfte ja so funktionieren, oder? Hier das Format noch Ende. Die Kameramodus. So. So. Wie es aussieht, würde ich sagen, dass deine Gala mit Glitter bombardiert wurde. Wir müssen sofort eine Untersuchung einleiten. Okay. Ist doch nicht zu Ende. Ich dachte jetzt schon, dass es vielleicht zu Ende ist. Ich wollte schon immer direktiv werden. Ich soll zu Christoph und Venelo P. gehen. Ah ja, die sind ja schon hier. Also. Also. Lass mich bald wieder blicken. Hallo. 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 Okay. Ja, ja, sie schiebt's auf Mini. Er hätte leicht, also, Donald hätte leicht, ähm, stolpern können und Glitzer verteilen. Ja, entweder war's der oder Vanellope. Ich behalte dich im Auge. Ja, ja. Yeah! Danke, Kumpel! Hallo! Glitzer, jede Menge Glitzer. Mehr hat er nicht gesehen. Hey! Mhm. Wiedersehen! Was gibt's Neues? Mhm. Über Vanellope. Der ist auch nicht der übel Täter. Also war's ein Mini? Hä? Hä? Äh? Äh? Ja, komm. Sprich mit Dagobert, der war es doch auch nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Vergiss das nicht. Ich nehme an, der ist wieder in seinem... Ah, der kommt schon an. Alles klar. Ein schönen Tag noch. Ah. Ah. Haha. Ich soll dem Glitzer am schillernden Strand folgen. Ich soll den schillernden Strand untersuchen. Ich fang mal hier an, aber hier ist nix. Das sind noch die Sachen, die ich wegräumen muss. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Nee. Ach, hier hinten. Es ist einfach immer dasselbe. Eigentlich sollte die mir folgen. Das Haus muss sich auch umbauen. Wir geben. Es muss Stitch sein. Nein. Okay. Okay. Aber. Sogar ein blaues Fell. Was machen wir jetzt? Okay, ich rede mit Stitch, aber ich glaube der passt auch nicht. Ich brauche unbedingt neuste Infos. Ich rieche wie ein nasser Hund. Blaues Fell. Da musst du zu tausend Leuten rennen mit denen reden, wo ist denn der jetzt? Ja, na klar, der ist wieder am Strand. Jetzt läuft der wieder hoch. Ja. Ja. Es tut mir leid. Ich weiß vom Glitzerstreich. Der nächste könnte besser sein. Es war so lustig, gute Arbeit. Ja, komm. Ach, die ist in ihrem Laden. Hey, sieh nur, wer hier ist. Was gibt's Neues? Mach's gut. Geh mit, Daisy. Zur verfluchten Höhle, kommst du mit? Ja. Ja. Da, da, da. Wie? Ta-da! Oh! Oh! Ja! Hahaha! Hahaha! Okay, sie ist nicht sauer. Okay, die Nachbarn sind echt nett. Genau dich wollte ich sehen! Ah! Yuppie! Ja! Hahaha! Jetzt kriege ich das Kleid. Ich brauche eine weiße Hose. Ah! Eine weiße Hose. Ja! Das war's dann auch mit dieser Aufgabe. Was wohl dauert zwar... Also leider noch ein bisschen... Wusstest du, dass du hier praktisch der Held von allem bist? Die blöde Hose. Irgendwann kriege ich sie. Das war's dann auch hier. Bis zum nächsten Mal. Ja!